Heutzutage gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Karriere zu machen. Eine davon wäre zum Beispiel, mit einem Studium in die Management-Ebene einzusteigen. Aber was macht ein Manager überhaupt? Beziehungsweise genauer gesagt, was macht ein Innovations- und Produktmanager? Hm, was macht man in so einem Fall? Richtig, googeln. Also dann, IPM-Wales. Aha, okay. Also, Produktideen finden, sie richtig bewerten, auswählen und umsetzen. Also eine erste Idee habe ich, aber wirklich vorstellen kann ich mir das noch nicht. Genau deswegen wollen wir mit euch einen Workshop machen, um zu erklären, was Innovationsmanagement wirklich ist. Die Antwort bleibt natürlich bis zum Workshop unser Geheimnis und ihr braucht weiterhin nichts mitzubringen, außer ein bisschen Kreativität. Eure Aufgabe bis zum Workshop ist es jetzt, euch ausgefallene Teamnamen für eure vier Teams zu überlegen. Vielleicht an dieser Stelle gleich ein paar Anregungen für euch. Also, da hätten wir die drei lustigen vier, die GG Boys, das Team Scheuringer Franz oder das Teamname, also Teamname, Teamname, wie auch immer. Also wie ihr seht, der Kreativität sind jedenfalls keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns schon auf drei spannende Stunden mit euch. Also dann, bis zum Workshop. Und dann, bis zum Workshop. Untertitelung des ZDF, 2020